Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Ich will dich aber zuschauen, Papa. Hörst du mal, sagst du mal hoch, Papa. Papa, du bist viel... Ich meine, Papa, du bist... Du bist viel geschäftiger an deiner Uhr und an deinem Tablet und Opa ist nur geschäftig an deiner Kamera. Und jetzt ist da jeder geschäftigt? Nee. Und du bist viel geschäftiger als Sofa. Oh, was bist du? So, an deiner Uhr. Eine Uhr? Und sie sind hier mit einem Auge oder mit zwei. Ja, so, ich weiß nicht, wie du meinst. Ja, die haben zwei Augen und es gibt auch einen Pinker, der hier so abart und hat auch so ein Auge hier. Ja, okay. Ich kenne dich, der Haula. Ich kenne dich, ja, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Aber ich weiß, wie der Teddy heißt. Ich weiß, der Dad. Der Dad ist ein süßer Wissenschaftler, ne? Und der redet sie bei den Däsen auch hin. Mhm. Und er kennt ihn ja auch. Genau. Hoch, hoch, hoch. Und dann, was danach kommt, das Runde auch. Das ist auch. Und dann, was danach kommt, das Runde auch. Das ist auch. Und dann, was dann. Und dann, was danach kommt. Und dann, was dann. Das ist auch ein paar Bisschen. Das ist auch ein bisschen. Danke, Papa! Ja. Ja. Wie sieht die aus? Ja. Und das war mehr Fröder. Wie ist denn das? Danke, für die Bitte. Bitte. Gefällt es dir auf blau und rot? Blau und rot! Die böse Seite! Die böse Seite! Da hast du was zu tun! Du musst aber zusammenbauen, oder? Das weißt du! Du hast aber Zeit, das lässt du noch spielen! Ja! Ein Lego-Spiel! Ja! Wird er hier 15 Euro? Puh, was ist das? Das ist ein schönes Papier, Matthias! Das ist ein schönes Papier! Umweltfreundlich! Warte! Ich freue mich auf dich! Ich mag dich ganz doll! Das ist schon wieder! Das ist schon wieder! Das ist schön, ne? Ja? Vielen Dank.